Das ist Kimba, ein ganz wunderhübscher gestrumpter Jungspund. Der Kimba ist letztes Jahr nach einem der ganz großen Feuer hinten Richtung Anulias ja zu uns gekommen. Hatte dort auf der Straße gelebt und hat auch mehrere Brüche in seinen Läufen. Wir waren damit auch nochmal beim Spezialisten. Also das, was bisher gemacht wurde, ist leider auch das Einzige, was man zumindest hier in Griechenland machen kann. Er kommt damit aber ganz gut klar. Er läuft halt nicht ganz so normal, ne Schatzi? Aber er kommt damit gut klar. Und er ist ein ganz, ganz, ganz menschenbezogener und verkuschelter Hund und kommt hier auch in der Gruppe super zurecht. Also der war auch schon in ganz, ganz unterschiedlichen Hunden zusammen. Hier sind sie jetzt zu fünf. Das macht er richtig gut. Bravo Kim, Mamo! Das ist mein Trinken, Schatz. Bravo Kim, Mamo! Bravo Kim, Mamo! Bravo Kim, Mamo!